Warum hast du dir eigentlich nicht die mit den Autos gekauft? Weil irgendjemand meinte zu mir, die wär besser. Aber ist die besser? Wie viele Leute passt den Bergflösch rein? Wie viele hat das Schirrblätter, Team? Wie viele hat das Schirrblätter, Team? Wenn du wär wärst, ich hab nämlich nachher nichts zu tun. Also wenn du nachher nicht gehst, kann ich nachher ein bisschen Work-Ankauf setzen und ein bisschen saven. Die Route, wenn niemand kommt, mach ich dir weg.